Begleite die Grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenlieblingen. Die Grüne Pfanne ist heute in Alsfeld angekommen, im Ortsteil Altenburg. Hallöchen, die Grüne Pfanne ist da. Mein Name ist Ilona Kurz, ich habe ein Feinkostgeschäft in Alsfeld seit drei Jahren und bin leidenschaftliche Köchin. Daraus ist es auch entstanden, die Leidenschaft zum Kochen, zu den Produkten, die ich auch dort verkaufe. Meine Idee dazu war, dass ich einfach auch die guten Produkte verkaufen möchte, weil ich dahinter stehe. Wir haben Flaschen im Sortiment, die kauft der Kunde und die kann er dann wieder bringen, natürlich gereinigt und dann nachfüllen lassen. Das biete ich an und das ist für mich also auch ein schöner Punkt, dass man einfach die Umweltressourcen schont. Zusätzlich habe ich noch ein Hobby und zwar die Malerei und das macht mir ganz viel Spaß. Das ist also auch nochmal eine Parallele zum Kochen, kann man fast sagen. Mein Lieblingsgericht ist tatsächlich die Pizza und Pasta. Kochen ist für mich ein Ausdruck, der Emotionen weckt. Also Kochen ist für mich eine Leidenschaft und gleichzeitig kann man damit auch seine Liebe reinstecken in das Produkt. Und das ist für mich das Schöne daran, dass ich das, was ich in mir fühle und weitergeben kann an den Menschen, den ich bewirte, der bei mir zu Gast ist. Alleine schon durch meine Reise nach Italien als Granny Au Pair war ich dort acht Wochen in den Marken, das ist oberhalb der Toskana. Und da haben wir italienisch gekocht und ich durfte mitkochen und habe da natürlich meine Liebe zur Pizza entwickelt. Und die wunderbaren frischen Zutaten, die sind natürlich auch ganz wichtig bei mir. Weiß ergibt sich daher, war der Belag Creme Fraiche und darauf kam dann eben das Gemüse, bestehend aus Zucchini, Zwiebeln, Knoblauch, Aubergine und Champignons. Also ich liebe Italien. Irgendwie habe ich da eine Zuneigung zu dem Land und ich liebe auch italienisch, die Sprache. Und alles, was damit in Verbindung steht, habe ich gern. Und das ist, für mich ist auch die Kommunikation und auch das Temperament, die Mentalität der Italiener ganz wichtig. Ja und die rote Pizza ist traditionell eben mit Tomaten-Sugo, mit Oliven und Kapern drin und dann eben obendrauf nochmal frisches, also in Form von Tomaten, frischen Tomaten, Zucchini, Schinken, Kochschinken und zwar aus Italien natürlich. Und ja, das war die Abrundung mit Rucola. Die habe ich dann als kleine Törtchen, Tortas gebacken und dann habe ich die auf einem Stein, auf einem Pizzastein gebacken. Der wird vorher in den Ofen geschoben, angewärmt oder erhitzt und dann kommt obendrauf ein ganz dünnes Blech, wo dann eben auch die Tortas oder kleinen Pizzen drauf lagen. Also ich habe einmal nachmittags zufällig den Fernseher angehabt, da kam die Küchenschlacht und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist eine Sendung, wo drei Frauen und drei Männer zusammen kochen und gegeneinander kochen und jeden Tag fliegt einer raus sozusagen und das ist wie ein Wettbewerb. Und mich hat das gereizt und ich habe einfach gesagt, das ist eine Herausforderung für mich. Ich liebe Herausforderungen und es kann ja nichts schief gehen. Also bewerbe ich mich einfach und ich bin sofort genommen worden und das war für mich ein wunderbares Erlebnis. Und wir freuen uns auf Ilona Kurz aus Hessen. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, Johann. Richtig. Meine Träume, Ziele und Wünsche für die Zukunft wären einerseits, dass die Verbraucher, also sprich die Konsumenten, wirklich darauf achten, was sie kaufen. Und auch da schauen, wo kaufe ich das Fleisch ein, was ich esse und so weiter. Und dann finde ich auch wichtig, dass die Menschen darauf schauen, dass sie einfach auch selbst kochen. Es ist erschreckend, wie wenig noch gekocht wird zu Hause. Gut. Wollen wir mal spartstoßen? Einen Moment, einen Moment, ich bin gleich zu weit. Ich brauche den Stoff jetzt. Jawohl. Wie fand ich das Kochen mit Pfannenliebling? Also mit den beiden Damen, die das machen, ganz wunderbar, sehr entspannt und sehr sympathisch. Fand ich sehr, sehr schön. Ich kannte ja euch nicht vorher, aber es war so schön für mich und ja ganz spontan zugesagt auch zu der Sache. Und ja, es ist einfach auch, hat alles geklappt. Wir waren auf einer Wellenlänge. Das stimmt. Sterneköche. Sankt ihr. Und das schließt sich wieder der Kreis. Ja. Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de. Bleib würzig! Bis zum nächsten Mal.